um und der nacht die klinik um die brauche und die klinik um und die klinik um die klinik die klinik soll man mit den zwei arschlöchern Ich hab ne Waffe gesehen. Ja ich auch. Na ja ich behalte mal meine Laserwaffe da. Uah, huah. Hups. Zentrale sind vor der Grabkammer. Die Emulsionsfabrik liegt direkt vor euch. Aber seid vorsichtig, es leeren sich freundliche Anreiten. Und sie kennen eure Position. Und sie kennen eure Position. Oh Gott. Was war denn das? Keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Okay, jetzt hast du entschieden. Links oder rechts? Haha. Jetzt nehmen wir links. Wer tut dich nach links? Ey, jetzt scheinen wir uns wieder auf oder was? Ja, lecker. Oh, ey. Na, dann kriegst du nichts, auch mal ein Paket. Hahaha. Lass wohl schon mal hier, ha? Ja, ein paar mal. Ey, Kopf zu. Wir sind in feindlichem Gebiet. Genau, Kopf zu. Mein Typ labert mich voll zu, ey. Mann, das nervt. Ich hab noch keine Ahnung wohin. Ich hab noch keine Ahnung wohin. Hinter mir ist ne Tür eingestürzt hier. Pfff. Ey, wir sind in irgendeiner Kammer eingesperrt. Ich bin eingesperrt. Ja, ich komm auch grad nicht weiter, aber jetzt komm ich weiter. Ich bin in dem Kanal hier, in dem Wasserkanal. Jetzt passiert was, ein Video. Hm. Eine Ratte. Hahaha. Okay. Oh. Wow. Geil. Wie geht denn da? Maman? Oha. Oha. O000." Komm die jetzt. Fuck die sind bei mir und ich bin jetzt eingesperrt. Ey. Oh mein Gott, ey! Ich bin, ich bin über den. Oh, das geht ja. Das geht ja. Was haben die für Waffen, Alter? Ich hab den wieder verkackt. Hinten, sein Schiet eine Munition, mach mal. Boah, Granatenwerfer. Okay, ich bin meine alte Waffe. Ich bin über dir. Ich glaube, du bist scheißverrückt. Das glaube ich. Du bist über mir? Stimmt. Okay. Zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. Da ist ein Munitionspaket neben dir. Oh, das ist jetzt... Wie wird's übersehen, ey? Ich hab grad so erstaunt schon wieder an das Loch da reingeguckt. Du musst da jetzt glaube ich raus und dann gehst du wieder zur Sache. Ja, da kommen wir. Bei dir oben auch, wa? Ja. Aber etwas merkwürdiger. Oh, bei mir ist ein Schalter... Ne, der ist kaputt. Der ist rot, oder? Ja, bei mir auch. Die müssen wir erst erweitern. Ja. Transportmittel finden. Ich wurde eben ge... Transportmittel finden. Ich wurde eben gebeamt. Wieso das denn? Ja, weil ich wahrscheinlich einen Tick schneller war. Ja, als schwer ich das gar nicht vorstellen muss. Ach da ist ein grüner Schalter. Ja. Ja. Den kannst du tätigen. Aha. Oh. Munition. Ah, jetzt findet man eine ganz schöne... Oh, was? Oh, yeah. Was geht jetzt? Was denn jetzt, oder was? Boah, die Snipern! Die Schweine Snipern von oben! Oh, shit. Ich bin fast rot. Okay, da bist du ja schon. Oh. Oh, der Typ nimmt mir meinen Deckungsplatz weg. So ein Spaß, ey. Okay. Oh, da ist ein MG drin, wenn man reingeht. Ich lenke ihn ab. Vielleicht kannst du ja von der Seite. Ne, der schießt auf mich. Ah. Okay, jetzt schieße ich aber auf ihn die ganze Zeit. Er ist tot. Ach, bei mir ist auch einer. Das ist ein anderer. Ach so. Okay. Kriecher gibt's hier auch. Komm ich jetzt hier rüber? Oh, das war dein Ding. Oh, ja, wir sind wieder zusammen. Yeah. Oh, warte. Da ist noch eine Munizierung. Hm, hast du schon viel kurz schwul angehört, oder? Wir sind wieder zusammen. Oh, yeah. Wieder vereint. Wo bist du? Am MG. Ach so. Ich denke mal, wir müssen Erziehung. Wo weiter? Nein. Hier ist auch zu. Oh, blockt mich nicht alle. Ah, hier ist natürlich zum Aufkicken. Wo? Hö? Ich benötige Hilfe hier. Komm mal her. Wir müssen hier raus. Wenn ihr einen Plan habt. Bitte raus. Ich glaube, wenn ich mal wüsste, wo du bist. Oh, da kommt schon wer so ein fliegendes Vieh. Wer bleibt mal? Oh, was schweißt sich hier durch. Ja, ist bei von uns. Bleibt mal am MG. Ach so. Ah, ne, okay. Hä, ist das Ding wieder in Luft aufgelöst? Hä? Hä? Ich hänge nicht rum, Penner. Ich suche jemanden. Halt die Klappe, Ber. Los weiter. Was? Okay, ich denke, hier geht es weiter. Boah, wenn man mit den dicken Dingern hier rennt, ey. Die kann gar nicht so richtig die Richtung dann wechseln. Ich glaube, hier geht es lang. Ja. Hier ist eine Tür. Tür und Granate. Munition ist eine Munitionskiste. Unten, wo die Treppe auch noch runter ging. Äh, wo geht es jetzt hier weiter? Ne, ne, da passiert nichts. Da kann ich nichts dran drücken. Ach doch. Ja, der da macht es, siehst du. Oder du? Ah, weh, weh. Oh, jeh. Oh, jeh. Boah. Ja, hab's kapiert. Mach den Baba tot. Ah, jetzt. Hab ihn. Bereit zum Schluss. Ab. Sniper von oben, geht er. Boah, ich bin gestorben. Vorsicht. Boah, die Sniper! Na ja, stimmt. Fuck, Alter. Boah, er hat mich getroffen mit dem Sniper. Ich bin der Rote. Oh, danke. Ich bin der Sniperdisch gerannt. Oh, das ist ganz gut, dass man hier so anklicken muss. Ja. Der Sniperd immer noch der Spass da oben. Ah, er hat mich getroffen. Ich bin rot. Oh, je. Ja. Stopp. Ne, ich hatte mich ja eh verdrückt. Ich wollte gar nicht die Rolle machen. So, ich dachte, wegen Boni. Ne, ne. Oh yeah, Wackel, Wackelpöper, das ist unser, äh, achso, da dann, oh Gott, ich guck die ganze Zeit hinter dir, was macht er denn jetzt, was macht er denn jetzt, oh Krisha, Gestern hier brüchelt, erayım jetzt in rechts und schlankt ein paar Mal Asianische Gruppen Sea Anais, btsoblich, fachte etwas, nehmt er, han, schlankt ein paar L совche lucus, uctus, lucus, Вот dass wir uns nicht behalten. Oh hab schon lange nicht mehr gehabt. Das merkt Vielen Dank.